Und da sind wir mal wieder mit einem schönen Blick auf, auch auf Kerne und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Ja, warum bin ich gerade hier? Es hat einen ganz bestimmten Grund, ihr könnt es vielleicht schon sehen. Ich habe jetzt, was ich schon angesprochen habe, einfach mal von denen, die sich schon gemeldet haben, dass die hier einfach mit in der Stadt sein wollen, die Stadtviertel benannt. Und zwar einerseits das Davids, dann das Rechards, das Dark Angels und das Michaels. Michael Peißler hat sich ja noch gemeldet in einer der ersten Folgen. Vielleicht holst du ja gerade auf oder bist schon hier angekommen, weiß ich nun gerade nicht, aber ich habe das auf jeden Fall mal nachgeholt. Und dann hier das Stadion-Gelände haben wir auch noch umbenannt. Fröttmanning, wie es bei der Allianz Arena auch in echt heißt. Nochmal danke an FIFA HD Skillers, der das einfach mal genannt hat. Das habe ich nachgeholt und vielleicht fühlt sich eben der ein oder andere noch angesprochen, dass er eben auch ein kleines Stadtviertel bekommt, wo er gewissermaßen dann Bezirksmeister ist. Wir haben ja nämlich hier drüben noch vier Flächen frei. Deswegen habe ich hier einfach mal vier von der, also wir haben jetzt quasi, ihr habt jetzt ein Achtel von diesem Ring hier. Haben wir hier drüben noch vier frei und zu null hätten wir ja noch ein paar andere Stadtteile. Aber ich sollte vielleicht mal die ganzen Stadtteile wirklich zuweisen und eben vielleicht ein paar Richtlinien versetzen, damit wir hier noch effizienter sein können. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal angehen. Und ich hatte auf Pause gedrückt. Okay. Deswegen geht hier gar nichts los und da strömt schon wieder der Verkehr zur nächsten Ampel. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Also, das gehört auf jeden Fall zum anderen Stadtviertel. Deswegen will ich die Gebäude da oben nicht mit reinnehmen. Genauso wie das hier. Das gehört noch zum Stadiongelände. Ah, jetzt habe ich wieder ein neues, ein neues Eck benannt. Ausgewiesen. Ja, hier so an der Grenze ist es etwas schwierig. Ja, aber es geht schon. Also, wie gesagt, ich möchte euch hier mit einbinden und wenn sich mehrere melden sollten und wir dann doch noch das hier voll bekommen sollten, dann würde ich vielleicht so ein Gebiet auch noch kleiner machen, denn ich will jetzt nicht irgendwie ein... Ich glaube sogar, Davidseck ist sogar größer als der Rest, oder? Scheint zumindest so. Aber dafür sind hier im Richards mehr Gebäude, wie es scheint. Aber das soll ja keine Konkurrenzsituation werden, sondern einfach... Einfach eine nette Sache. Also nicht, dass ihr euch hier streitet als Nachbarn von Bezirken, als Bezirksmeister. Öh, der hat ja einen Parkmeer oder hier, der hat einen Bahnhof, das gefällt mir gar nicht. Nein, nicht zu ernst nehmen, bitte keine Streitereien. Ich glaube, wir kommen schon so miteinander aus. Das Bahnhofsviertel will ich vielleicht extra benennen, deswegen lasse ich das nochmal so. Und da will ich jetzt ran, so. Gut, dann hätten wir aber noch das Gebäude, was hier im Grunde gar nicht setet, deswegen nehmen wir das noch hier mit rein. Und ich würde jetzt, solange mir jetzt kein Name einfällt, oder ihr seht ja, wie die Dinger heißen, und vielleicht habt ihr ja einen passenden Namen für die Ecke hier. Bestenfalls einfach einen fiktiven, aber eher deutschen Namen für ein Stadtviertel. Fred Manning ist zwar jetzt aus der Realität gegriffen, aber ist einfach mal die Ausnahme. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn er mir auch gefällt, dann benennen wir das um. Oder ich habe eben spontan auch eine andere Idee, wie wir das hier nennen können. Muss unbedingt Hightech sein hier in der Ecke. Ja, hier noch würde ich... Na, wo... Ja, ich mache es jetzt einfach mal. Und dann hier das, das, das Gewöhnliche eben. Und hier vielleicht Bildung, Freizeitparks haben wir jetzt noch nicht so viele. Müssten wir vielleicht noch nachholen, aber ich habe es immerhin mal ausgewiesen. Gut, dann geht es noch weiter. Ich will jetzt einfach mal alle wirklich zuweisen, damit wir eben Stadt... Also die Richtlinien festsetzen können. Und damit uns da eben nichts verloren geht. Gut. Na, kommst du her? Wollte ich den dicken Pinsel auswählen, den dicken Lappen, aber nö. Das wird ein ganz schön großes, aber können wir ja, wie gesagt, erstmal so belassen. Und wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass hier sich eben noch jemand meldet. Also, dass wir dann vielleicht schon neun Leute sind. Dass ihr schon neun Leute seid, die hier ein eigenes Stadtviertel bekommen. Dann werde ich das hier nochmal zerstückeln, weil das wäre dann zu groß. Imperialhügel. Klingt ja auch interessant. Okay, dann werden wir hier nochmal Richtlinien festsetzen. Eben das Standardmäßige. Hier habe ich ja festgestellt, bringt es uns ganz schön viel Geld ein. Und hier sind natürlich auch Gewerbegebiete drin. Deswegen mache ich das einfach mal so. Und auch wieder nach dem Bildungsschuf. Wir brauchen vielleicht auch mal ein paar blöde Einwohner. Können wir kurz schauen. Also hier, ja schaut mal, ungebildete Arbeiter so verdammt weniger. Und der Rest, oi, oi, oi. Nur ob das realistisch ist, ich weiß ja nicht. Aber es ist ja letztendlich auch nur ein Spiel. Auch wenn es wirklich schon an eine Simulation herankommt. Hier muss ich aufpassen, nicht, dass ich das Falsche wegnehme. Ja, so passt es soweit. Dann kommen hier noch die ganzen Wasserpumpen mit rein. Das Stück Autobahn. Und da, ja, das kommt auch noch mit rein. Nehme ich auch wieder den kleineren Pinsel. Just die Frage, bis wohin soll denn das gehen? Ich würde jetzt mal spontan sagen, weil es hier nicht so viele Gebäude gibt, werde ich das mal bis hierhin da lassen. Lassen, genau. Also das wird vielleicht mal eine Folge werden, wo wir einfach mal die Stadt etwas sortieren mit Stadtvierteln. Weil wie blöd ist das denn eigentlich, wenn eine Stadt keinen Namen hat für die Stadtviertel? Also wäre mir gar nicht bekannt, dass es das gäbe. Na, wir machen es jetzt einfach mal. Etwas mehr Zeit lassen muss ich mir, wenn wir hier auf ein paar Stadtgebiete kommen, die sich eben angrenzen. Weil da muss ich aufpassen, nicht, dass ich da zu viel wegnehme. Von dem einen zum anderen eben. Ach so, jetzt habe ich da drüben wieder neu angefangen. Jetzt muss ich das natürlich wieder wegmachen. Ach man. Muss man auch dran denken. So, das ist an sich die Straße. Deswegen können wir da an sich ja freie Fläche lassen. Also dieses wirklich nicht durchsichtige Weiß. Das hier meine ich, wo ich gerade mit dem Mauszeiger bin, das ist ja gar nicht zugewiesen. Jetzt wäre das weg, aber das ist da nicht ganz so schlimm. So, hier wieder aufgepasst. Und dann können wir das hier ausfüllen. Hier ist ja gar nicht so wichtig, weil hier hinten haben wir ja gar nicht wirklich was. So, hätten wir das. Und wie heißt das? Ja, hier fängt er auf einmal an mit englischen Namen. Sheffieldplatz, vor allen Dingen Platz dahinter noch. Naja, mal schauen, ob ich ein paar Namen habe, weil mittlerweile oder jetzt in dieser Folge werden das einfach ganz schön viele sein. Und da muss ich mir vielleicht auch mal wieder was überlegen. Also wir haben gerade wieder eine Nachfrage an Industriegebieten. Wir müssen auch mal wieder nach der Erzindustrie schauen, wie das denn so vorangeht. Ob die denn auch aufsteigen oder ob die nämlich Parks brauchen. Äh, Magnolienhöhen. Ne, die nehme ich mal nicht mit rein, die Gebäude da unten. Oder doch? Ist ja an sich aktuell bloß eins. So, dann ziehe ich euch noch mit rein. Na, wieder aufgepasst. Nicht, dass wir hier wieder zwei Gebiete draus machen. Bis zum Bahnhof belasse ich mal. Ja, den werde ich mir... Vielleicht habe ich da irgendwie einen Namen oder ihr habt einen passenden Namen für den Bahnhof. Für das Bahnhofsviertel. Wir können es ja auch Bahnhofsviertel nennen, aber das wäre jetzt nicht so originell. Deswegen belasse ich das einfach mal so. Oh, Sonnenseithöhen. Also Sonnenseith klingt ja mal gar nicht schlecht. Ne, das wollte ich nicht. Dann das, das und das wieder standardmäßig. Das lassen wir soweit. Dann haben wir jetzt diese Ecke komplett gefüllt. Das ist ja unser Industriegebiet. Können wir da eigentlich noch spezielle Richtlinien machen? Ich schaue mal kurz. Also Besteuerung. Das wäre entweder Entlastung oder Belastung. Stadtplanung, Bildungsschub, Rauchmelder und der ganze Spaß. Für Industrie was Spezielles. Industrie Flächenplanung. Verdoppelt Industrie. Verdoppelt die Wahn, weil es die Sicherheitsregeln aufhebt oder noch effizienter auslegen lässt. Und dann eben der Unterhalt, der steigt wohl. Ich mache es einfach mal und wir können es ja einfach mal beobachten. Das mache ich jetzt auch für Entenhausen. Wir waren schon richtig drin. So. Mal schauen, was das bewirkt. Lasse ich jetzt einfach mal so. Dann haben wir hier oben schon Bergblick. Da würde ich sagen, ausnahmsweise, weil das hier eine besondere Ecke ist, füge ich hier noch den kostenlosen Nahverkehr hinzu. Mal schauen. Wird uns jetzt wieder etwas kosten, aber wir haben es ja an sich und wir wollen das ja eben auch mal ausprobieren. Oh, das Viertel hat noch gar keinen Namen. Also noch nicht mal eine Zuweisung. Das müssen wir noch ändern. Nein, hier ist das Wasser. Deswegen lässt sich das hier einfacher gestalten mit der Grenze. Deswegen geht das hier auch etwas schneller. So, du kommst noch mit rein und dann eben das. Hier sind an sich noch nicht unbedingt Gebäude, aber dann können wir das noch so zusammenschließen. Okay, das führe ich jetzt einfach mal weiter aus hier bis zur Autobahn, denn das Eck wird wahrscheinlich eben auch noch ausgebaut werden, aber nicht gerade jetzt. Jetzt machen wir erst einmal die Zuweisung von Stadtvierteln und eben Namen. Oh, das Kirschviertel. Also Kirsch klingt cool. Das gefällt mir. Hier erst mal wieder Stadtplanung. Das Übliche, das hätten wir schon mal. Wo haben wir noch, was wir nicht vergeben haben? Die Insel haben wir schon, aber hier auf Flughafenecke und dann eben da, aber hier haben wir bloß den Bahnhof und eben den Frachtbahnhof. Da muss ich nochmal ansetzen, aber da müssen wir auch erst mal Industrie hinlagern, dann auslagern, ehe wir da auch wirklich Namen ver... Wir könnten das ja auch Heathrow nennen, wo ich gerade diesen Namen hier sehe. Aber ich belasse das erst mal soweit. Ich mache mir einfach mal Gedanken, wie wir was nennen könnten und eben ihr auch noch. Und wenn ihr einen passenden Namen habt, dann schreibt es dir einfach in die Kommentare. Und jetzt dürften wir alles soweit haben, ne? Schönblick hat ja noch gar keine Richtlinien, sehe ich gerade. Entenhausen, das ist eben Industrie. Hier sind ganz viele Ecks. Und ansonsten hätten wir jetzt soweit alle. Dann werde ich nochmal zu Schönblick gehen, weil das könnte uns wirklich ganz viele Einnahmen kosten, wenn wir hier für die Unternehmer noch nichts gemacht haben. Das mache ich mal. Gut, das war es dann eigentlich soweit. Dann können wir hier mal weiterlaufen lassen und mal schauen, wie sich das eben mit dem Geld so verändert. Wir können ja mal kurz... Das war der Kram, genau. Das Budget will ich nochmal anschauen. Also ich schaue gerade mal drüber. Die Parks kosten auch gar nicht so viel, wenn ich das gerade so sehe. Ich habe mir nochmal einen Schluck gegönnt. Wasser ist jetzt auch nicht unbedingt hoch. Also das meiste verschlingt wirklich das Gesundheitswesen, dann die Müllentsorgung und eben auch noch die Züge. Hätte ich nicht gedacht, dass die Züge so viel verschlingen. Und dafür so viele Busse, wie wir haben. So wenig, nehme ich am wenigsten. Flugzeuge auch nicht so viel. Flughafen wollte ich ja auch noch bauen. Stimmt ja. Und schaut mal, wie das Geld in die Höhe schnellt. Ich will nochmal hier schauen. Hier sehen wir ja einen Überblick von Einnahmen und Ausgaben. Vor allem Einnahmen. Das ist so eine unfassbar große Zahl. 371.000 zu 343.000. Jetzt verschiebt sich das Ganze nochmal. Also es ist schon phänomenal, diese Werte. Anfangs hatten wir hier, sagen wir mal, 1200 und hier vielleicht 1400. Also die Dimensionen sind schon eine Sache für sich. Gut, ich habe angesprochen, einen Flughafen wollen wir noch haben. Nehme ich hier hinten eher hin. Dann gehe ich mal kurz hier raus. Also hier wollte ich den Flughafen nicht hinhaben, weil dann würden die mit ihrer Einflugschneise direkt über Bergblick fliegen. Das möchte ich ja nicht. Deswegen müssten wir die eigentlich hier hinten hinsetzen. Oder genau hier hinten in die Ecke. Das stürzt ja am wenigsten, weil hier haben wir das Industriegebiet. Da ist ja sowieso laut. Und das hier, das aktuell Concorde. Der Concord-Hügel, der müsste ja noch so weit weg sein. Das dürfte kein Problem geben. Deswegen würde ich wirklich das da hinten ansetzen. Haben wir hier Rohstoffe. Hier hätten wir Erz. Das könnten wir vielleicht später nutzen. Und hier ganz normal Forstwirtschaft. Aber das können wir ja nachher vernachlässigen. Dann könnten wir hier vielleicht die Autobahn abgreifen. Wäre eine Möglichkeit. Aber wie mache ich das? Mache ich hier wieder eine Straße drüber, so wie wir es hier hinten haben. Na, wo genau hier? Ja, so könnte ich das wieder machen. Ich glaube, das mache ich, weil das ist, glaube ich, die effektivste Variante, die wir hier haben. Und dann können wir später auch noch das Ganze mit der Industrie hier verbinden. Also da gibt es schon wieder ein paar Möglichkeiten. Dann sollte ich das aber vielleicht schon mal zentral ersetzen. Deswegen eine dicke Straße mit Grünstreifen. Weil wenn Industrie, dann Verschmutzung, oder? Ich will mal kurz schauen, bevor ich jetzt baue. Ja, die Erzindustrie macht auf jeden Fall auch Schmutz. Unsere grüne Industrie macht natürlich keinen Schmutz. Ist ja wie gesagt grün. Ja, Zufriedenheit, Stufe 2. Obwohl, die gehen teilweise schon auf Stufe 3, wie wir sehen. Das ist gar nicht mal so übel. Deswegen lassen wir die einfach noch weiter für sich wachsen. Und ich kümmere mich jetzt wirklich mal um den Flughafen da hinten. Damit wir mit die Leute nicht alle hier hinten hintingeln müssen. Weil das ist ja ganz schön weit weg. Dann könnten wir auch wieder den Verkehr entlasten. Und hier haben wir noch gar keine Anbindung mit Bahnhof. Wobei das natürlich hier hinten etwas schwieriger ist. Aber das könnte man ja noch machen. Was mir gerade einfällt. Ich habe immer noch nicht die Gleise kontrolliert. Weil das wollte ich ja machen. Weil, oh, der Verkehr ohne nur D-Spawn fließt das aber wenigstens. Weil die benutzen ja teilweise ein paar Güterbahnhöfe gar nicht mehr. Muss ich mir nochmal auf die Fahne schreiben. Gut, also jetzt. Muss es hier erstmal gerade drüber gehen. Das ist die Frage. Ich muss natürlich so das gestalten, dass das in etwa gleich ist. Die Abstände von da, wo die Straße hoch geht. Und da runter wieder rüber. Das muss in etwa eine gleiche Länge sein. Damit es ja auch noch halbwegs gut ausschaut. Also setze ich das mal hier an. Gut, dann geht es jetzt hier hoch. Dazwischen. Dahin und jetzt etwa bis hier hin. Genau. Und jetzt brauchen wir die Auf- und Abfahrten. Und das schließen wir jetzt an. Und zwar... Das belassen wir auf jeden Fall gerade. Aber der macht hier wieder eine Kurve rein. Aber sieht soweit gar nicht schlecht aus. Deswegen belasse ich das mal so. Das sieht jetzt wieder etwas seltsam aus, muss ich gestehen. Nur obwohl hier das Stück eher geschwungen und hier wieder eher eckiger. Kann man so lassen. Würde ich jetzt lassen. Und dann müssen wir natürlich eine Straße hier hinter finden. Also wenn wir das noch mit Erzen nutzen wollen, dann muss ich eine Straße hier in der Seite verlegen. Oder ich ziehe die einfach komplett durch. Aber dann wäre das wieder gemischt. Gemischt, Industrie und dann eben der Flughafenverkehr. Muss ich mal schauen, ob ich das so möchte. Also hier will ich auf jeden Fall die sechsspurigen Straßen beibehalten. Aber wir könnten ja an sich hier eine Kurve einbauen. Einfach hier drumherum. Dann könnten wir das schon abgrenzen. Und wollen wir hier vielleicht sogar zwei Flughäfen nebeneinander setzen, wie eben auch teilweise mit den Bahnhöfen hier. Das wäre eben die Frage. Ich glaube, das will ich zur Hand haben. Das möchte ich wohl so. Dann setze ich die Straße hier einfach mal bis hier hinter fort. Verschwende ich vielleicht etwas Erz, wenn man die Verfärbung noch hier sieht. Aber ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Und dann Flughafen. Also die setzen natürlich an den Straßen an. Ich könnte hier einen hin haben. Das werde ich erst mal hinsetzen. Also das ist unser nächster Flughafen. Ne, oder? Hier ist das Gefälle zu steil. Stimmt, hier geht es etwas hoch. Und das gefällt dem nicht. Kann er das etwa nicht begradigen? Aber das ist ja blöd. Und ne, hier hinten kann ich keinen Flughafen hinsetzen. Wie sieht das denn aus, wenn ich das hier hinten hinpacken möchte? Schauen wir mal kurz. Oh, Gefälle auch zu steil. Es gibt es ja nicht. Ach man. Die ganze Planung über den Haufen geworfen. Aber hätte ich nicht gedacht, dass... Na wohl, die Lande- und Startbahn ist ziemlich lang. Und das alles begradigen, das könnte eben etwas schwieriger sein. Ah, schade. Hm, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt schon hier eine dicke Straße angelegt. Das wäre jetzt eben schon für die Industrie. Aber einen Flughafen möchte ich jetzt dennoch in dieser Folge schon bauen. Da fliegt gerade ein Flugzeug. Puh, das könnte schwierig werden. Oder wollen wir dazwischen den Flughafen packen hier? Weil an sich wäre genug Abstand. Das ist ja sowieso Industriegebiet. Dann haben wir hier die Gleise. Hier hinten wohnt die erst. Dann könnten wir eigentlich hier in den Flughafen reinpacken. Und das eben mit der Autobahn verbinden. Das wäre noch eine Möglichkeit, die ich aktuell sehe. Hier will ich auf jeden Fall... Obwohl, dann fliegen die... Ich überlege es mir gerade. Hier soll ja später der Badesee hin. Wenn ich jetzt hier einen Flughafen hinsetze, mit Startlandebahn hier entlang, also parallel zur Autobahn, dann kommt die hier angeflogen. Über den Bahnhof wäre jetzt nicht weiter schlimm. Und die fliegen hier wieder raus. Das könnte meines Erachtens eben noch passen. Das würde ich sogar angehen. Aber ist hier eigentlich flach genug? Hier geht es schon wieder stark hoch. Das könnte wieder Probleme geben. Ich werde mal, ehe ich jetzt schon wieder eine Auf- und Abfahrt baue, einfach mal eine Straße hinsetzen. Und schaue dann, ob hier wirklich eine Möglichkeit ist, einen Flughafen anzubinden. Nein, Gefälle ist auch wieder zu steil. Also, das gibt es ja nicht. Was ist, wenn ich das Ganze hier in die Ecke verlagere? Aber hier sehe ich ja schon eine Verfärbung und ein paar Hügel. Na, hier geht es total bergauf, beziehungsweise in die Richtung bergab. Das ist wieder ungünstig. Also, so viele Möglichkeiten, den Flughafen zu setzen, haben wir gar nicht. Ich mache jetzt mal eine längere Straße und zwar hier entlang. Und dann versuche ich mal, da entlang was zu setzen. Ne, ist überall das... Ah, hier würde es gehen. Dann könnten wir hier bloß einen Flughafen hinsetzen. Also nicht auf beiden Seiten. Aber hier wäre es grundsätzlich möglich. Und wir müssen ja irgendwo mal einen Flughafen hinsetzen. Obwohl, der ist dann ziemlich nah an den Gleisen. Hm, hm, würde das Spiel nicht weiter stören. Aber könnte mich eben stören. Ich müsste es wirklich hier hinsetzen. Könnte ich noch weiter reingehen, ist die Frage. Aber hier wären die schon verdammt nah an den Gleisen. Aber ich habe eben nicht mehr Möglichkeiten. Wo könnte ich noch einen Flughafen hinsetzen? Hier wollte ich, aber hier geht es nicht. Dann mache ich die Straße schon mal weg. Also, hier geht es nicht. Das wäre wirklich sehr optimal gewesen. Und dann... Ja, die Ansicht will ich nicht. Dann wäre hier kein Platz mehr. Hier ist sowieso Wohngebiet. Deswegen will ich da kein Hinpappen. Also hier hätten wir noch freie Fläche. Da eventuell... Den vielleicht so hinsetzen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und ansonsten, die Ecke möchte ich nicht. Hier wäre es vielleicht wieder zu... Ja, ist zu uneben. Da merkt er doch wieder rum. Das sehe ich schon kommen. Obwohl, hier unten vielleicht noch. Und hier oben dann eher nicht. Dann hätten wir hier hinten vielleicht noch eine Möglichkeit. Hier wäre ja wieder fruchtbarer Boden. Hier könnte... Obwohl, hier geht es auch sehr schnell runter. Dann könnten wir hier vielleicht einen hinsetzen. Aber hier haben wir schon hinten einen. Deswegen wäre das gar nicht mal so unbedingt, was ich jetzt angehen würde. Was ich jetzt in Betracht ziehen würde. Na ja, muss ich mir mal Gedanken machen. Ich habe ja wieder eine Pause, weil diese Folge ein Ende hat. Also ich schaue mal in der Pause, wo ich einen Flughafen hinsetzen kann. Und dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Also bis zum nächsten Mal. Wenn ihr einen passenden Stadtnamen habt. Also für ein Stadtviertel, dann immer her damit. Macht's gut und ciao. Tschüss.